Knalleffekt im Entführungskrimi um die Mutter von Manager Stefan Otrubei, Verwalter der Esterhase-Milliarden. Das vermeintliche Entführungsopfer, die 88-jährige Magdolna Otrubei, wurde offenbar doch nicht gekidnappt. Sie sitzt bei ihrer Tochter Elisabeth Andrasch Otrubei in Kitzbühel. Der mysteriöse Krimi wirft ein Schlaglicht auf ein Drama, das sich rund um die alteingesessene Adelsfamilie abspielt, deren Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert reichen. Es ist die Fede zwischen den Esterhases und dem Chef ihrer Familienstiftung, Stefan Otrubei. Was ist also passiert? Am Dienstag gibt es Entführungsalarm in Eisenstadt. Die Pflegerin von Magdolna Otrubei gibt bei der Polizei an, sie sei mit ihrem Schützling spazieren gegangen, als zwei schwarze Fahrzeuge anhalten. Mehrere Personen drängen daraufhin die betagte Dame in eines der Autos und fahren davon. Stunden nach dem Vorfall, es läuft bereits eine internationale Fahndung, taucht die Tochter in Kitzbühel bei der Polizei auf. Sie gibt zu Protokoll, ihre Mutter wolle ihren Lebensabend in der Schweiz verbringen, sie habe sie nur abgeholt. Die 88-Jährige bestätigt die Angaben ihrer Tochter. Dennoch leitet die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen Nötigung und Freiheitsentzug ein. Wozu also dann die vermeintliche Entführung? Ich kann mir vorstellen, dass das eine Intrige innerhalb der Familie Otrubei ist, möglich, dass die Tochter die Mutter entführt hat, um Druck auf den Bruder auszuüben, um finanzielle Vorteile herauszuholen, sagt Norbert von Handel, ein Freund der Esterhasis zu Österreich. In der Familie Esterhasis selbst ist man unterdes empört. Als Sprecher der fürstlichen Familie Esterhasis lege ich Wert auf die Feststellung, dass auch dieser von den Behörden zu überprüfende Fall mit der Familie Esterhasis nichts zu tun hat. Und wir bitten insbesondere auch die Medien, die Familien Otrubei und Esterhasis zu unterscheiden. Wir pflegen gänzlich andere Umgangsformen, besonders mit betagten Damen, die wir gerne in den großen Familienverband integrieren, was uns übrigens hinsichtlich Melinda Esterhasis schon damals durch sehr unübliche Maßnahmen verunmöglicht wurde. So die Stellungnahme des Familienoberhaupts der Esterhasis, Paul Anton Esterhasis de Galanta. Der Streit zwischen Esterhasis und Otrubei ertobt seit Jahren. Otrubei ist ein Neffe der früheren 2014 verstorbenen Fürstin Melinda Esterhasis. Er wird von ihr 2002 mit der Verwaltung der Betriebe und des Vermögens betraut. Seither wirft ihm die Familie vor, Otrubei hätte sie hinausgedrängt und alles an sich gerissen, ihr den Zugriff auf das Vermögen verwehrt. Die Esterhasis sind der größte Grundbesitzer im Burgenland. Auf 1,4 Milliarden Euro wird ihr Vermögen geschätzt. Nicht inkludiert Schloss Esterhasis in Eisenstadt oder die Burg Vorachtenstein. 2017 beträgt der Umsatz der Unternehmen 53 Millionen Euro. Die Familie hat aber keine Kontrolle mehr über ihr Vermögen. Seit 2002 verwaltet Stefan Otrubei die zahlreichen Stiftungen der Esterhasis. Familienmitglieder bekommen lediglich regelmäßige Apparnagen.